Bhagavad Gita, Vers 4.17 Die Kompliziertheit des Handelns ist sehr schwer zu verstehen. Daher sollte man genau wissen, was handeln, was verbotenes Handeln und was nicht handeln ist. Erklärung Wenn man ernsthaft darum bemüht ist, von der materiellen Fessel befreit zu werden, muss man den Unterschied zwischen Handeln, Nicht-Handeln und unautorisiertem Handeln verstehen. Man muss Handlung, Reaktion und pervertierte Handlungen eingehend analysieren, denn dies ist ein sehr schwieriges Thema. Um Krishna-Bewusstsein und Handlung in Übereinstimmung mit der Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu verstehen, muss man seine Beziehung zum Höchsten erkennen. Ein Mensch, der vollkommenes Wissen erlangt hat, weiß, dass jedes Lebewesen der ewige Diener des Herrn ist und dass er folglich im Krishna-Bewusstsein handeln muss. Die gesamte Bhagavad Gita zielt auf diese Schlussfolgerung hin. Alle anderen Schlussfolgerungen, die sich gegen dieses Bewusstsein und seine Begleiterscheinungen richten, sind wie Karma, das heißt verbotene Handlungen. Um all dies zu verstehen, muss man mit Autoritäten im Krishna-Bewusstsein zusammen sein und von ihnen das Geheimnis lernen. Das ist so gut, als würde man vom Herrn direkt lernen. Andernfalls wird selbst der intelligenteste Mensch verwirrt sein. Und dann wird das Geheimnis lernen. Untertitelung des ZDF, 2020